Ich glaube, ich muss nochmal zum Tanzkurs. Aber irgendwie schockt mich das Dorn hier an mit diesen blauen Strähnchen. Das sieht irgendwie doch ein bisschen komisch aus. Hä? Ja, guck mal seine Haare. Ich hab jetzt blaue Spitzen. Sieht da Schimmel aus irgendwie. Ja, ne. Das ist der Knie auch irgendwie zu im Licht. Soll sich die Leute umkacheln? Arbeitsunfall. Das war mein Knie. Das war mein gutes Knie. Das war mein Knie verschlechtes Knie. Ja, bestens wenn wir wieder Ententanz machen. Es gibt einen Ententanz. Was ist das denn? Das ist der Ententanz. Oh Gott. Ja. Gibt's den. Oh Gott. Das ist dummer Tuns. Hi. Hey. Komm, lass doch mich alle alleine. Bitte? Ja. Ich verstehe die Zeit. Ja, super. Ja. User left your channel. Er macht aber hier richtig fett Party. Ähm. Und zwar wir hätten ein Auto zum Lackieren. Oder tut's ja auch von Dieren. Tschüss. Tschüss. Ja, tun wir beides. Ähm. Was? Günstiger. Lack. Lack. Ich glaube ich muss nochmal zum Tanzkurs. Aber irgendwie schockt mich das Dorn hier mit diesem blauen Strähnchen. Das sieht irgendwie doch ein bisschen komisch aus. Hä? Ja, guck mal seine Haare. Ich hab jetzt blaue Spitzen. Sieht da Schimmel aus irgendwie. Das ist der Knie auch irgendwie zufrieden. Oh. So hört sich die Leute umkacheln. Arbeitsunfall. Das war mein Knie. Das war mein gutes Knie. Das war mein Knie. Das war mein Knie. Das war mein schlechtes Knie. Das war mein schlechtes Knie. Was für eine Farbe willst du nur haben. Alter komm mal hier rüber, du sprichst sowas von leise. Schwarz. Pink. Schwarz. Ne, lila, bla blau. Ey, kann man das so zweifarbig machen? Man, das ist cool. User, join your channel. Wäre da so ID oben schwarz? Unten pink. Auf jeden Fall. Also jetzt gerade hatten wir matt schwarz. Ne, das war matt lila. Ach, matt lila, okay. Wahrscheinlich ganz unten in der Palette. Ja, wo ist ganz unten? Ich hab ne Eins vor was da zu stehen. Übrigens besoffen ist jetzt unsere Gangart. Da war's noch. Was, da war's? Noch einen. Wieso geht der jetzt nicht mehr vor? Hm. So. Sag mal, hä, warum, hä, kriegt der bei euch einen anderen Lack? Ne. Ne. Also, Markus. Was würdest du, was würdest du unten sagen? Also, oben schwarz und unten, soll man das so weiß lassen oder auch lackieren? User left your channel. Stop. Sag mal, matt schwarz. Sag mal. Die Frage ist jetzt auch matt oder so glänzend. Ja, oben. Was verhältst du von bisschen Farbe, von was rotem? Ja, da könnten wir auch machen. Ein schöner Kontrast, ja. Ja, so. Oder blau. Dann ist halt individuell. So, so wär's doch auch nicht schlecht. Brauchst du noch eine Unterbodenbeleuchtung? Ja, pass auf, ich kenne dir jede Farbe, die dir vorstellen kannst. Paint-mäßig, kann ich jetzt auswählen. Jetzt 16,8 Millionen Farben. User left your channel. Du brauchst Unterbodenbeleuchtung. Alter, ich muss was gegen meine Haare tun. Was war hier? Blau, man. Und was kostet, wenn man den ein bisschen aufdreht von der Live-Store her? Haben wir auch noch nicht. Wir haben aktuell nur noch Lackung. User left your channel. Warte, ich wiederhole nochmal. Wir haben aktuell nur noch Lackung. Hab den Locker gewonnen? Ne, aber mal fragen. Ne, also aktuell kann man es noch nicht, aber das kommt dann irgendwann. Kriegt man die Idee zurück? Wurde uns irgendwie geklaut, ich weiß nicht. Wir haben immer noch ganz weg mitgenommen. Aber ich finde das so voll okay. Ja. So will ich schauen. So will ich schauen. Individuell. Ja. Genau. Kannst du mir auch mit Bank sein, oder muss es Bad sein? Kannst du mir Latte wie es ist? Kannst du mir Latte wie es ist, Alter? Na, zum Deutschen wieder. Ähm, ist schon geil. Kennen du Latte Maschiato? Ne, kenn ich auch. Fahr mal das Auto in die Akkabine, dann brauchst du mir da extra Schlüssel geben. Hä, wieso hast du vielleicht mal Arzt? Ich weiß es nicht. Also du, du hast schon ziemlich das Henkebein. Ja, ja. Neun, 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 neun. Ich habe genau das Knie erwuscht. Jawoll. Ja. Oh, du kannst nur eine, eineinhalb Stunden abholen. 3,9,9,9,9. Du hängst aber auch ganz schön in den Salen. wenn liegt der andere hier am knie anfährt er gar nicht mit deinem knie angefangen ich merke doch schon die die hatten gehirn schon jetzt hat man voll ich denke das tat ja doch ganz gut oder das ist ja schon anders frech das ist ja schon anders frech naja ich bin da mal weg ich bin sicher nicht tschüssi rein habe ich richtig verstanden im rick mag sie mal hinstellen muss ich mal ganz kurz anfahren sie tut das glaube ich mal ganz gut ich muss noch frise hoch dies blau das geht gar nicht an ich hab zuerst in langhaarfrisur perücke probiert aber das sieht so komisch aus soll ich dich gleich zum krankenhaus mitnehmen äh ne alles gut ich bin mir nicht sicher ne es ist die kanger vom lsc ok dann überholen mich doch nicht guck mal doch mal ein bisschen langsamer hoch hin vom vater doch mal das war schon eine ganz schön aggressive haltung wie du da bist ich bin aggressiv verletzt bleib mich verletzt in meinen gefühlen auch oh ja knapp aber noch nicht zu knapp das ist ein highspeed was macht das alle schlimmer zum friseur oder ah ja ich hab's jetzt raus ja der endtanz ok was ist das andere die person die hier nicht arbeitet ist da hallo und bekannte person ja so ganz unabberkannt bleib ich jetzt doch nicht hab jetzt bloß ne mütze drauf ich wurde grad angefahren vom kunden und der hat gemeint vielleicht vielleicht äh hab wie hat er gesagt vielleicht tut das ja auch ganz gut dass ich angefahren worden bin was ja warum ich weiß es nicht äh Mahlzeit ach du bist es ich hab ihn mit der Käppe gar nicht erkannt richtig auch nicht aber aber Hayley siehst du was ich auf der Nase hab die Brille die Brille die Brille wir können jetzt den Ententanz endlich machen oh Gott aber noch besser ist äh er hier findest du ähm ok ich bin nur der Verrückte wüsst ihr dass am Würfelpark Schüsse gefahren sind nein äh was deswegen bin ich jetzt hier und nicht da oben Jason hat mich grad anguckt wir sollen weg vom Würfelpark bleiben ich hab euch aber weißt du was richtig geil ist aber ich muss nur bitte wendeln nein warte nein ok ja erzähl oh ne endlich darauf habe ich so lange gewartet willkommen bei den Mittelfingers was wollen sie haben Mittelfinger Mittelfinger oder Mittelfinger buddy love your channel da liege ich dir zwar jetzt nicht das geht nur aufs Knie hm Flo versteht die Welt nicht mehr doch 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 user join your channel ich weiß doch was an dir pflück die Äpfel 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 oder montier Glühlampen ach du scheiße du musst dich gleich salutieren ja 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 ich 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 stell mir noch vor mir ich wär bei denen vor aber da ist sie vorbei user left your channel ach du heilige bin wo ist das Sam buddy joined your channel ja das ist Sam das ist Sam ja da ist Sam das daneben ist Terra hallo da hallo hallo ach du heilige warum ach du heilige warum denn ach warte, Moment ach du heilige Was denn? Mikrofon muted. Ich finde sie schön. Du sie nix erwisst, wer ich bin. Ach, der Heilige. Ich wüsste nix, wer du bist. Ach, der Heilige. Ich hätte dich nicht wieder erkannt. Moin. Du hättest mich nicht wieder erkannt in unserem Arbeitsmarkt. Moin. Ja, Rossi, halt dich an meinem Fuß fest. Nix, Rossi, erwähne den Namen hier nicht. Die halbe Stadt zieht nach mir. Ja, geht. Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen lauter. Wirst du gerade auch zusammengeschlagen? Nein, ich wurde von einem Kunden angefahren. Aber nicht schlimm. Ich muss das Knie weh. Okay, pass bitte auf dich auf. Jetzt ist gerade echt der Bomb drin in der Stadt. Du kennst mich aber nur ohne Brille. Verdammt, pass doch auf dich auf. Ja, mach ich. Okay. Ich lasse auf. Ich lasse auf. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die aufgelassen habe. Warum hing Hayley so? Irgendjemand hat es angefahren. Sagen wir mal so, ich habe es verdient angefahren zu werden. Laut und gründen. Nee, das tat sich auch mal gut, hat er gesagt. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass da voll die Massenschlägerei wieder war. Ja, nicht nur das, auch Schüsse sind gefallen. Also. Wir wollten gerade am Würfelpark essen und trinken holen und haben uns dann entschieden, woanders hinzugehen. Ich glaube, diese Haare machen mich jetzt schon fertig. Ich hatte jetzt auch mal eine lange Haarperücke ausprobiert, aber es sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich bleibe bei meiner Frisur, ich habe bloß die roten Haare von ein bisschen genommen. Und färben wollte ich sie jetzt mal nicht. Ich wäre ja auch bei meinen Zöpfen geblieben. Das hat ja keiner gehabt, bis dann gestern eine Blonde mit Zöpfen rumgerannt ist. Nee, ich wollte schon immer längere Haare, aber die Frisöre hatten noch nicht die Schulung damals. Ich muss mich da erst dringübeln. Ja, musst du auch. Ich behalte sie. Ja, zumindest haben wir jetzt einen Leuchtkegel. Die Straßenpilone. Tut mir leid. So wieder. Ach, die muss man jetzt immer an? Ja. Wo ist denn hier meine Tasche, 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 Tasche? Ach du Scheiße, wo kommt die denn? Oh. Die war schon immer da. Die hast du jetzt gerade gezogen. Ajo, wie krieg ich die wieder weg? Ich muss die Tasche rausziehen. Nein, du musst sie leer machen. Und dann wieder. Dann musst du wieder... Ich glaube, ich bin doch auf den Kopf gefallen. So wie du sie anziehst. Ich pack mal einen Dollar rein und nehme hier wieder raus. Ach, Geld kann man nicht reinpacken. Du musst einfach wieder den so ausziehen, wie du sie anziehst. So anziehst du mich noch wieder aufgezogen. Äh, andersrum. Ja, ich schreib schon wieder SMS. Ja. Ach, verdammt. Jetzt habe ich die falsch, die SMS-Trips. Oh, tut mir leid. Ich kann den Rucksack nicht in die Tasche tun. Interessant. Ja. Weil dann Claire ist. Die Claire ist immer für Jason. Okay. Okay. Ich bin doch ein bisschen verwirrt für heute. Aber sie antwortet wenigstens. Farrah, weißt du jetzt eigentlich, wo du anfängst? Ähm. Vielleicht. Aha. Und wo? Weiß ich noch nicht. Aber Hayley, ich hätte noch ein paar Ibo-Tabletten. Vielleicht helfen die. Hayley. Hayley? Ich nehme von Leuten keinen fremden Tabletten. Ist hier nur für meine eine Art. Noch mehr dick? Wow. So viel Gesprächs in mir. Wusstest du, dass wir jetzt den Ententanz machen können? Ja. Wusste ich. Ja. Aber natürlich. Die stand vorhin bei uns. Was? Kann man? Den hier? Ja. Oh Mann. Ich hab gedacht, ich bin nicht. Ich hab gedacht, ich bin nicht. Dann noch stehen hier. Wir sehen uns dann weiter. Tschüss. 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 Ich hab gedacht.